hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play minecraft wir sind seit der letzten folge dabei hier uns unser eigenes kleines feld zu bauen und hier wollte ich noch einen kolben einbringen muss ich aber noch ein tiefer so nicht da aber dann bin ich genau nein und und ist ja noch an kann das gar nicht erkennen power 4 auf jeden fall hier nachher noch ein verstärker hin und 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 wenn ich jetzt hier ziehe, voila, wenn ich ihn wieder zumache. Vielleicht sollte ich da auch mal was anderes kultivieren als nur Weizen. Vielleicht auch mal hier Karotten oder Kartoffeln. Das mache ich auch mal weg. Dann ist hier vorne auch wieder ein bisschen Ordnung. Und man kann hier zumindest ein bisschen besser langlaufen. Ach komm schon, alles im Wasser. Das muss doch nicht sein. So. Die Sonne geht schon wieder unter. Ich gehe mal noch eine Pen. Dann mal ein bisschen aufräumen hier. Das, 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 das. Alles rein. Das, das, das. Ein bisschen unsere grüne Kiste hier. Die werde ich auch mal anbauen. Und hiervon werde ich auch mal ein paar anbauen. So. Dann gehen wir nochmal ein paar Kürbis ernten hier hinten. Bekannt nicht immer mit einer Axt, aber ich habe natürlich wieder keine. Kürbis ernten hier. Also ganz oldschool per Hand. Das da rein. Holz, 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 Holz. Erde, Sand. So, das hier weg. Schick. Da weiß ich, ja, ich überlege gerade, was wir noch machen können, aber ich glaube, ich weiß was. Und zwar werden es jetzt mal ein bisschen um ein paar Tiere kümmern, oder nicht? Super. Hier ist doch ein schöner Platz. Vielleicht ein paar Kühe oder so, dann können wir auch Kuchen backen. Dann hätten wir Milch. Oder, äh, pfff. Keine Ahnung. Hätte mehr machen sollen oder mehr mitnehmen sollen. Ich habe wieder super vorbereitet. Alles weggebracht. Da machen wir mal zu. So, Holz. Das Ding ist, in diesen Chaoskisten findet man nichts wieder. Wasser. Aber hier ist natürlich noch Wasser. holy schnitzel. Ah. So, dann brauche ich hier noch einen Gatter. So. Dann können wir uns mal ein paar Tiere suchen, würde ich sagen. Hm. Da oben sind Schafe. Die geben ja auch Fleisch, ne? Das. Oh, das ist auch eine Kuh. Das ist das zweite Schaf. Nehme ich die drei erstmal mit. Geht's denn hier durch? Hallo. Ach, das ist das zweite Schaf. Ich dachte, ja, wir hätten eins verloren, aber... Da ist es. Hierher. Hier lang. Ich sperre die alle jetzt erstmal zusammen eins. Oder? Irgendwie wird das mit den Herzen hier nicht richtig angezeigt. Wie ich sage, da sind Schweine. Hm. Okay. Vielleicht ist das ja ein Grafikproblem bei dem Texture-Pack. Oder vielleicht werden allerdings generell keine Herzen mehr angezeigt, wenn man... Nun ja, die hat hier gefüttert, sag ich mal. Geht's hier durch? Hallo. Hier war noch schon eine Kuh. Hier kann auch... Das ist ein Schaf. Das ist noch ein Schaf. Das ist noch ein Schaf. Das ist noch... Alter, das ist alles voller Schafe. Ich suche doch nur eine Kuh. Hallo? Kuh? Tausend Blöcke will ich jetzt auch wieder nicht gehen. Noch mehr Schafe. Na toll. Au. Was sind denn hier? Kühe. Hallo? Letztes Mal stand hier auch einfach hinter mir, obwohl ich nur das Schaf gesehen habe. Vielleicht. Hm. Hallo? Hallo? Ich verlaufe mich gleich. Ich sehe das schon kommen. Und dann stehe ich da mit meiner Kuh und komme nicht nach Hause. Hühner. Hühner. Wölfe. Vielleicht läuft noch ein Ocelot über den Weg. Ey, dann... Da ist eine Kuh. Da ist eine Kuh. Oh, ich muss mich verarschen. Da hinten. Ich würde sagen, ich würde sagen, dann haben wir sie alle gesehen, bis auf Kühe. Ich muss erst mal hinkommen. Ich muss erst mal hinkommen da an der Steilküste. Das ist sowieso viel zu gefährlich für die. Okay. Da. Ich werde die da mal wegholen. Nicht, dass da noch was passiert oder so. Hallo? Wo bist du denn? Dann... Was ist hier? Was ist hier? Das sind sogar drei. Kommt die hier hoch? Oder soll ich da unten lang gehen? Komm, wir gehen mal unten lang. Vielleicht ist das eine gute Idee. Ja, quetsch euch durch. Yes. Ist auch schlau rückwärts zu gehen und nicht zu gucken, wo man hinläuft. Gut. Hier geht das ja vielleicht noch, aber im Nether oder am End oder in der Höhle ist das keine gute Idee. Definitiv nicht. Es wird schon wieder Nacht. Komm schon. So. Los, beeilt euch! Da, ich sehe das gerade da. Den Zaun. Komm schon. Hier lang. Wo ist die zweite? Ja, ich habe ja jetzt zwei. Da. Zwei noch mitkommen. Hä? Hm. Das mit den Eiern funktioniert irgendwie bei mir nicht. Da sollen ja eigentlich Hühner rauskommen. Irgendwie tun die ihren Job nicht. Seltsam. Aber gut. Gut. Ja, komm. Ich nöch das. So. So. So, ein paar Kakaobohnen. Und dann holen wir uns auch mal ein paar Schweine von da drüben. Wui. Tchou. Da ist noch ein zweites. Sieht nicht wie eine gute Idee aus, aber ich werde es versuchen. So, kommt hierher. Yay, schweine. Geh weg. Ja, er läuft direkt wieder raus. Jetzt wüsste er genau, wo das Gatter ist. So, was macht er hier? Wo sind die Bienen überhaupt? Sind die da drinnen? Sieht man das da? Hm. Tja, das sieht nicht so aus. Wo sind die denn? Oh, wie schnell die wachsen. Oh, ja, ich dachte er würde zwei bringen oder so, aber anscheinend nicht. Ups. Okay. Okay, dann würde ich sagen, dann war es das für diese Folge auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. oder find uns dazu bei gewissen Jahren poczIl pensionnummer. So, als Tun, ich glaube nicht ganz node unter diesen Tschau, 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 tschau. Mach's gut bis dahin. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau.